Das Thema, ich habe diese Woche noch mit Familienrichtern und Fachleuten in einer Sitzung diese Frage diskutiert. Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier, es sind natürlich Probleme und wir müssen sehen, dass die interkulturelle Kompetenz auch der verschiedenen Fachkräfte geschärft wird, dass wir Fortbildungen für Richter und Mitarbeiter der Jugendämter machen, um eben auch hier diese unterschiedlichen Fragestellungen aufzulösen.